Nach einem mutmaßlichen Sprengstoffanschlag werden die Proteste in der Stadt lauter. Haben wir schon was? Ein Michael Mason wird in vier Bundesstaaten wegen Betrugs gesucht. Schnappen wir ihn uns. Ohne Aufsehen. Okay. Das sieht nicht gut für dich aus. Ich bin nur ein Taschenbieb. Ich hab die Tasche geklaut, aber ich wusste nicht, dass da eine Bombe drin ist. Du bist abgehauen. Wer unschuldig ist, haut nicht aus. Sie waren hinter mir her. Schon mal in den Spiegel geschaut? Du musst gut sein. Ich bin der Beste. Komm her und klar mir die Brieftasche. Ist noch da. Aber das Geld ist weg. Gib her. Die Bombe wurde von einem verdeckten Ermittler gebaut. Sie müssen diesen Sumpf trockenlegen. Okay, Michael. Du willst aus der Nummer raus? Dann besorg mir eine Spur. Deal. Das ist deine große Chance. Ablenkung ist das Wichtigste. Was ist da mit dir? Sehr gut. Ich arbeite nicht für die CIA. Die Stadt wird bedroht. Jetzt tust du es. Wir haben es mit einem Komplott innerhalb der Polizei zu tun. Es gibt noch eine Bombe? Ich glaub, sie haben sich in der Tür geirrt. Wir wurden angegriffen. Das waren Profis mit Gasmasken. Das sind keine Bullen. Der Demonstrationszug. Sitzliche Bewegung. Die benutzen die Stadt als Spielbrett. Wir haben eine Aufgabe. Runter! Eine Aggressionstherapie könnte helfen. Briar, sie sind leichtsinnig und unverantwortlich. Sie können nicht einfach drauf losballern. Wenn du das tust, bist du auf dich allein gestellt. Briar! Was können wir tun? Wir sind nur zu zweit. Steig ein! Wollen Sie ohne Plan da rein im Alleingang? Ich bin leichtsinnig und unverantwortlich. Krieg ich ne Knarre? Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort. Wow! Und tut etwas, wobei ihr drauf geht. Dann fеловheben. Ich will nicht auf dich lieber. Ich will nicht auf dich lieber. Ich bin fit mitgeben. Dann... ...